Yo Leute, was geht? Ich setze gerade hier meinen Stream richtig auf, also ich mache wieder alles bereit, dass wir gleich loslegen können und ich habe mir etwas ausgedacht, was vielleicht ganz witzig sein könnte. Ich zeige euch nur mal, hier, wir werden da gleich ein bisschen Sachen lesen aus diesem, weiß ich nicht, ich habe mir was besorgt, ich habe keine Ahnung, wir sind nicht perfekt, na und, und wir machen vielleicht auch die große Happy Challenge und wer zum Geier sind Markus und Martinus oder, wer ist Tini oder wer ist Gigi oder, egal, das werden wir alles gleich klären, Freunde, ja, schaut vorbei twitch.tv slash Corona23, Link ist auch in der Videobeschreibung, ich hoffe wir sehen uns gleich, heute gibt es übrigens kein Video über Pyro, wollte ich sagen, also kein Video außer dem hier, erkläre ich euch auch im Stream warum, weil ich eins gelöscht habe und egal, wir streamen auch ein bisschen Pyro, wenn ihr Bock habt, schaut rein, bis gleich, ne, so, also der Chat ist noch leer, ne, bis gleich.